Einen wunderschönen guten Tag, alle 11. und 11. Willkommen hier bei Moviechecks Filmkritiken. Heute mit dem Katastrophenfilm San Andreas. In San Andreas geht es um die Titelgebende San Andreas Verwerfung. Und darum, dass es aufgrund von tektonischen Plattenverschiebungen zu einem Erdbeben der Stärke 9,0 auf der Richterskala innerhalb dieser San Andreas Verwerfung kommt. Und die Folgen sind prompt spürbar, unter anderem in San Francisco, welches wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzt. Auf der anderen Seite geht es aber auch um Ray, gespielt von Dwayne The Rock Johnson, einen Rettungshubschrauberpiloten, welcher als allererstes seine Ex-Frau aufsucht, um dann mit ihr gemeinsam nach San Francisco zu fliegen, um dort die gemeinsame Tochter Blake zu retten. Also, neben Katastrophenfilmen auch noch ein bisschen Familiendrama, denn Ray und seine Frau Emma leben in Scheidung. Sie haben ein gemeinsames Kind verloren. Das andere befindet sich jetzt in Lebensgefahr in San Francisco, wo die ganzen Wolkenkratzer einstürzen und auch wilde Tsunamis rund umher sich emporsteigen lassen. Und das alles aufgrund eines Erdbebens, welches so nicht vorhersehbar war. Nach dem Erdbeben am Anfang des Films fragt sich der Zuschauer, wie man das noch toppen kann. Und die Frage wird direkt auf dem Fuße beantwortet, sobald Emma und Ray in San Francisco ankommen, um Blake zu suchen. Dann kommen nämlich die Nachbeben, es wird dramatisch, die Erde zittert und bebt. In Dolby Atmos kann ich euch den Film deswegen nur empfehlen. Und alles ist ein komplett chaotisches Miteinander, Gegeneinander. Jeder lebt für sich selbst und versucht sein eigenes Leben zu retten. Das ist auf jeden Fall dementsprechend auch authentisch, realistisch, aber natürlich auch wiederum typisch amerikanisch, weil aufgrund der immensen Inszenierung der Erdbeben, der Zerstörung und der Emotionen in diesem Film natürlich direkt der Weltuntergangscharakter und auch die Angst vor dem Weltuntergang in einem selbst bestärkt wird. Also die Amerikaner, die es verstehen, von sich permanent auf andere zu schließen und sich als Mittelpunkt der Welt-Filmwelt zu sehen, haben es hier wieder unter Beweis gestellt. Mit katastrophale Zerstörung, hohe und krasse Emotionen, aber eben auch mit einem bisschen Pathos. Und dieser Pathos wird allen voran durch die schauspielerische Leistung von Dwayne The Rock Johnson übermittelt. Und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wenn man den Film nicht gesehen hat. Dieser Muskelwerk, dieser Koloss eines Mannes mit solchen Oberarmen, bei dem man sich vorstellen könnte, dass er mit einem Fingerschnipps das Erdbeben zurück in die Schranken weist. Ja, der spielt hier so empathisch, so sensibel, wie man ihn, glaube ich, vor selten gesehen hat. Und ich glaube, es ist auch nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt, dass sich Dwayne The Rock Johnson abseits des Actionkinos auch immer mehr und mehr in die Filmwelt integriert, als ein Schauspieler, der rein theoretisch auch abwechslungsreiche Charaktere spielen könnte, wenn man ihn denn ließe. Das hat er auf jeden Fall in diesem Film bewiesen. Er zeigt auch, dass auch solche Muskelmänner, die Stärke nach außen hin präsentieren, einen weichen Kern haben. Und das war richtig großes Kino. Das muss man einfach mal so sehen. Auf der anderen Seite hätte ich mir aber etwas mehr Charaktertiefe bei den weiblichen Hauptrollen gewünscht. Carla Gugino, die Emma spielt, die Ex-Frau von Ray und auch von Alexander Daddario, die Blake, die Tochter spielt, kommen in diesem Film relativ schwach weg. Ich meine, es ist ein Katastrophenfilm. Dementsprechend steht die Action und die Zerstörung, die Katastrophe an sich im Mittelpunkt und eventuell, typisch klischeehaft, der stählerne Mann, der versucht, seine Familie zu beschützen und vor Schaden zu bewahren. Also wirklich eigentlich 0815-Katastrophenfilm-Kino. Aber es funktioniert einfach in diesem Film tadellos. Auch wenn es dann Andreas von anderen Kritikern in höchsten Tönen gelobt wird, muss ich sagen, er folgt einer einfachen Matrize, wie wir sie auch schon in anderen Katastrophenfilmen gesehen haben. Und dementsprechend bringt er mir jetzt auch nicht so viel Neues. Klar, der Cast ist ein anderer als in anderen Katastrophenfilmen, aber letzten Endes agiert er genauso, wie eben auch in anderen Katastrophenfilmen. Die Parallelen zu The Day After Tomorrow sind definitiv vorhanden. aufgrund dieser familiären Komponente. Man spürt aber auch eine entsprechende Nähe zu dem Film 2012, aufgrund der extremen Zerstörung und aufgrund der Machtlosigkeit, die man auch in dem einen oder anderen Moment hat, spürt man auch eine gewisse Parallele hin zu Independence Day. Und das ist wiederum so ein bisschen Facettenreichtum, was den Film auch wieder aufwertet, weil er aus den unterschiedlichsten Katastrophenfilmen sich die Rosinchen rauspickt und versucht, was Eigenes auf die Kinoleinwand zu projizieren. Das funktioniert relativ gut in 80 bis 90 Prozent der Laufzeit, aber in 10 Prozent, da erinnert er mich einfach zu sehr an die anderen Filme. Und das ist dann doch schon wieder ein kleiner Minuspunkt. Aber um jetzt zu Wertungen zu kommen, der Film ist auf jeden Fall im Kino anschaubar, nicht unbedingt 3D, kann man sich sparen. und dementsprechend bekommt der Film von mir auch eine Wertung von 6,5 von 10 möglichen Punkten. Jetzt findet ihr noch auf der rechten Seite das erste Video meines neuen Formates Hey Benne und auf der linken Seite die Newstime von gestern. Wir sehen uns morgen zum nächsten Special auf jeden Fall wieder und nicht vergessen, Filme sind einfach geil.